So, herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit Pastor at Home und ich starte diese Einheit mit einer kleinen Unwahrheit. Wenn ich sage, heute ist Dienstag, der 14. April, stimmt das nicht so ganz, weil ich nehme das ja am Montag auf. Also im Augenblick ist noch Ostermontag. Das macht aber nicht viel aus, weil ich das ja dann heute Abend reinstelle und morgen früh kannst du dann diese Einheit dir im Internet anschauen. Und trotzdem hat es mich ein bisschen verführt mal zu einem kleinen Gedanken. Lebe ich eigentlich im Heute oder schon im Morgen oder noch im Gestern? Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Du weißt, wo du örtlich bist, in deinem Zimmer, noch in deinem Bett oder am Arbeitsplatz, im Auto unterwegs solltest du jetzt nicht sein und dir einen Podcast angucken. Aber bist du wirklich im Heute? Viele Menschen teilen ihr Leben auf in morgen oder in gestern. Sie bleiben im Gestern hängen und machen sich Vorwürfe, was gestern war oder Schwelgen in der Vergangenheit, wie schön alles gestern war, als es noch kein Corona gab und so weiter und so fort. Kann man machen, ist aber nicht so effektiv. Andere leben immer nur im Morgen. Wenn erst mal die Auflockerungen kommen, wenn erst mal was auch immer passiert, von dem wir ja genau nicht genau wissen, was passiert und wie alles werden wird. Es ist, glaube ich, auch die Kunst, im Heute zu leben. Wirklich den Alltag, die Gegenwart so anzunehmen. Dankbar zu sein, was gestern war. Das, was nicht so gut war, auch immer wieder abzugeben an Gott und auch gelassen in die Zukunft hineinzugehen. Denn Gott hat die Sache auch in der Hand. Nicht nur meine Vergangenheit, sondern auch meine Gegenwart. Und deshalb kann ich im Heute leben. Für mich Ostermontag. Du guckst es jetzt wahrscheinlich am Dienstag oder am Mittwoch oder wann auch immer du diesen Podcast gucken wirst. Dann noch etwas Kleines. Zu Ostern hat man ja eine Menge Geschenke gekriegt. Vielleicht auch nicht. Meine Kinder haben mir was Tolles geschenkt. So ein Halstuch, was normalerweise die Motorradfahrer fahren. Und man kann das als Maske, Schutzmaske benutzen. Einfach ein bisschen hochziehen. Schöner Stoff. Und schon kann man rausgehen und ist wunderbar geschützt vor was auch immer. Und die Menschen sind vor mir geschützt. Ich habe mir sagen lassen, man kann diese Maske auch, das gilt jetzt vielleicht mehr für Männer, zu Hause tragen. Dann isst man nicht so viel, trinkt nicht so viel und die Maske schützt einem vor zu viel Einnahme. Nur so als kleinen Tipp. Jetzt nehmen wir sie wieder runter. Und wir machen jetzt ein paar Sprünge nach vorne. Wir waren ja schon nach Pfingsten, haben uns die ersten Christen in Jerusalem angeschaut, wie die Kirche laufen lernte. Und da gehen wir auch wieder hin. Und vor Ostern hatte ich euch ein paar Einheiten rübergebracht über die Bibel, die ich hier so auf meinem Schoß habe, wie wichtig den ersten Christen es war, sich vom Wort Gottes zu ernähren. Und das zweite von den vier Elementen aus Apostelschichte 2 ist, dass sie regelmäßig in Gemeinschaft blieben. Das ist natürlich im Augenblick für uns ein bisschen schwieriger. Das habe ich mich gestern gefreut, dass meine Tochter mal vorbeigekommen ist und ich den Hund ausführen durfte und wir uns wenigstens mal kurz gesehen haben, konnten uns nicht in den Arm nehmen, aber wir haben uns einfach mal gesehen. Gemeinschaft ist in diesen Tagen ja recht spärlich. Man soll Abstand halten und das ist auch alles im Augenblick okay, wird sich auch hoffentlich wieder ändern. Und ja noch hinter Gemeinschaft steckt noch was anderes. Ich brauche den anderen. Ich kann nicht alleine sein. Das Erste, was Gott im Schöpfungsbericht an Negativen, auch das Einzige, was er eigentlich sagte, nachdem er alles geschaffen hatte und es war immer gut, es war top, es war super, kommt ja nur eine Negativaussage. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Wir brauchen einander und die ersten Christen haben das verstanden. Sie haben nicht ihren Glauben für sich alleine gelebt, sondern sie haben ihn gemeinsam ausgelebt. Und das ist eine Unterstützung. Wir sollen uns einander unterstützen und uns helfen und ermutigen. Und das ist einer der wesentlichen Dinge von Gemeinschaft. Ermutigung. Demotivieren passiert leider sehr häufig eine wichtige Eigenschaft von Gemeinschaft ist. Ermutigung. Einander stärken. Einander positiv sagen, hey, was der andere mir bedeutet. Aber es kann auch manchmal bedeuten, dass die Gemeinschaft ein Feedback gibt und sagt, was nicht so gut im Leben ist. Auch das muss ich annehmen. Wenn mein Partner oder die Gruppe, der ich zusammen bin, mir auch mal ein Feedback gibt und sagt, hey, das solltest du sein lassen oder das könnte man besser machen, da ist Luft nach oben. Also es ist ganz wichtig, dass der Mensch nicht alleine ist, mit sich alleine bleibt, auch sich irgendwie alleine verirrt. Gemeinschaft ist ganz wichtig. Das ist ein kleiner Gedanke, den ich dir für diesen Dienstag mitgebe. Und morgen werden wir noch zwei weitere Dinge anschauen, nämlich ein bisschen über das Abendmahl und Gebet sprechen. Und dann schauen wir uns an, wie die Christen dann sich bewegt haben, wie sie die ersten Schritte gegangen sind, wie sie gerobbt sind, wie sie also langsam ins Leben kamen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen genialen Tag und ich wünsche dir, dass du ihm heute lebst. Tschüss. flu scenes ruhig 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 Vielen Dank.